Hallo! So Freunde, jetzt begrüßen wir euch zu unserer kleinen achtstündigen Aftershow-Party. Wir enden gegen 14 Uhr, weil 15 Uhr ist morgen die nächste Vorstellung. Ich hoffe, ihr seid alle fit. Seid ihr fit? Habt ihr alle was zu trinken? Dann dreht euch rum, holt euch noch was, das geht noch eine Weile. Wir möchten uns erstmal bedanken für den schönen Abend. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Wenn das so ist, empfehlt uns weiter. Wir spielen auch noch morgen für die Kurzentschlosshänder, einmal 15 Uhr. Aber wir kommen mit großes Kino noch einmal zurück im September, allerdings nur für sechs Tage. Also, erzählt das ein bisschen rum, da würdet ihr uns einen großen Gefallen tun. Und damit kommen wir jetzt nahtlos zur Aftershow-Party. Und wenn ihr bereit seid, gebt uns ein Ja! Gebt uns eure Hände! Hände nach oben! Rot, Tratz, Rot, Rot, Tratz. Musik 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 Musik